Da waren gerade ein paar viele Feinde. Ach du Scheiße, was ist denn da unten los? Ich hoffe, man sieht das gerade auf Twitch und auf YouTube dann nachher noch, weil ist gerade echt die Hölle los da unten. Ach ja, gut, gut. So, ich überlege gerade, was ich als nächstes mit dem Haus hier anstelle. Weil mit dem Grasteppich möchte ich es natürlich ungerne belassen. Ich würde eigentlich ganz gerne hier irgendwie einen Keller noch drunter bauen. Und dann noch ein bisschen praktische Sachen machen, wie irgendwie Lagertruhen und alle möglichen anderen Sachen, Öfen, was man noch alles so braucht. Guten Tag, guten Tag. Diamanten, den schmeiße ich erstmal natürlich nach oben in die Truhe, damit der gesichert ist. Und dann wertvolle Sachen. Nichts. Und die Monster-Sachen hier rein. Irgendeine Spinne, glaube ich, hängt unterm Dach irgendwie rum. Ah ne, es movt Basalt und was anderes. Das kommt hier noch rein. Ach, ich schmeiße Basalt erstmal. Ach, Kralt zieht jetzt das andere. Jetzt nochmal hier rein. Hier warte mal die zwei. Nehme ich nochmal raus und schmeiße die hier tatsächlich rein. Basalt, Kralt zieht und von denen hier gibt es in anderen Farben ja auch noch Steine. Und hier mal da hin. Gravel machen wir so lange hier rein. Und dann mache ich mir mal Gedanken, wie ich hier das Haus ausbauen könnte. Oder ich baue draußen natürlich wieder weiter. Das ist die nächste Option. Das Haus einfach nicht fertig machen. Einfach außerhalb weiter bauen. Aber eine Sache würde ich tatsächlich schon mal gerne anfangen. Und ich weiß auch was. Dafür verwandle ich erstmal das ganze Zeug hier in Brot. Weil das fliegt mir einfach nur auf einem Weg rum. Nichts mit dem zu tun, was ich vorhabe. Sondern einfach nur, dass es mir im Weg rumfliegt. Dafür brauche ich Spruce Wood. Genau. Spruce Planks haben wir noch. Da werden wir einige Stufen brauchen. Das reicht glaube ich für das erste, für das andeuten, was ich vorhabe. Davon werden wir ein paar brauchen. Und dann würde ich hier mal ein bisschen tiefer legen. So, weil ich wollte das ganze hier nicht ein bisschen tiefer gelegter machen. Ich glaube die Spinne ist gerade irgendwie abgestürzt. So, wegen der Musik nicht so ganz gehört. Aber kann uns ja eigentlich auch komplett egal sein. Weil wir sind hier drinnen sicher. Hier passiert uns nichts. So, und so wird natürlich noch ziemlich langweilig und kacke aus. Das muss natürlich auch ein bisschen geformt werden, das ganze. Das ist nicht einfach nur so mit so einer Eckstufe, sondern... So entziehe ich, dass ich mal rennen von fast bis hierher. Ja, ich glaube das kann man machen. Das war einer zu viel. Gucken wir gleich mit meinem Spruce wieder auffüllen. Okay, dann brauchen wir noch mal mehr Treppen. Ein paar zu viel, aber ist auch egal. So, und, 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 und. Ne, war nicht zu viel, weil wir müssen ja hier auch noch eine Stufe rein wollen. Warte, mach ich das so, dann mach ich die hier auch nochmal um die Ecke rum. Ne, ich mach die um die Ecke rum hier. Das schaut sonst doof aus. Genau, das gefällt mir. Ja, ich muss nur den hier weg machen. Weiß nicht ganz. Genau, jetzt passt's, okay. Ja, doch, kann man machen. Ich weiß noch nicht genau, was da sind dahinter ist, aber kann man machen. Dunkel ist es auch nicht. Oder nicht zu dunkel. So, dann kleiden wir zumindest mal den Boden hier aus. Ich hoffe, die verschiedenen Holzfarben beißen sich hier nicht. Müsste aber eigentlich gehen, denke ich. Ich meine, wir könnten natürlich außenrum auch mit Helmholz alles bauen. Normalen Eichenholz. Könnte auch interessant ausschauen. Auf jeden Fall eine neue Schaufel. Die machen wir jetzt auch aus Eisen, weil wir haben mittlerweile Luxus. Machen wir vielleicht zwei. Das ist natürlich deutlich schneller, das ist sehr angenehm. Das ist erstmal den ganzen Boden jetzt hier raus und dann machen wir weiter Gedanken. Boah, diese Spinne da draußen kann die nicht mehr abhauen. Die nervt. Die Cent. Ja, das schaut so kack aus mit der Stufe hier. Jetzt würde ich jedem eins kürzer machen. Ja. Wer haben wir noch? Ne, hier nicht, aber wir müssen noch einiges haben. Haben wir noch einiges aus Bruce Wood? Das ist gut. Ist ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Aber noch eins breiter machen würde auch komisch ausschauen, glaube ich. Das nimmt dann auch einiges an Sicht halt irgendwie weg, ne? Also man sieht ja nicht mehr ganz so weit nach draußen dann. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Balkon da oben, der dafür ja eigentlich mehr den Sinn und Zweck erfüllt. Teste jetzt gerade mal kurz, wie das ausschauen würde, wenn man das hier eins weiter baut. Das ist hier und dann müsste man, glaube ich, das auch ein bisschen erweitern. Also verlängern. Also verlängern. So, so. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ehrlich gesagt, als ich das hier irgendwie ganz, ganz, ganz am Anfang mal geplant hatte. Das Haus ist halt sonst so langweilig hier unten. Das ist aber so eine riesen Ebene und da ist halt nichts. Andererseits könnte man hier... Ah ne, das ist... Nein, das war unsemerisch. Wir hätten eine Einser für gebraucht. Dann würde das gehen, was ich jetzt mir gerade gedacht habe. Aber das funktioniert auch nicht. Ich sag mich grad zum Beispiel hier, weil da ein Enchanting-Table hin war mit Büchern außen rum. Aber das geht nicht, weil wir eine Zweiarbeiter haben. Das ist doof, weil alles, was man jetzt mit einer Breite bauen könnte, auch ein Lagerfeuer oder so, das wird jetzt alles komisch ausschauen. Wie, wie geht denn eigentlich ein Campfire, glaub ich weiß es, ne? So würde das ausschauen. Man könnte schon ein doppeltes Campfire da hinstellen. Aber dann müsste man es hier deutlich, deutlich schmaler machen. Wenn man es praktisch so direkt in den Boden eingelassen hat, wie so eine Art Sitzecke dann. Jetzt nehmen wir jetzt schon mal die Materialien dafür. Würde sogar hier Birken nehmen. In Ordnung muss reichen. Ne, wir brauchen Loks dafür. Wir brauchen Birkenloks dafür, weil ich möchte ungern meinen Sprucewood dafür verwenden. Haben wir einfach weniger. Deswegen... Was macht eigentlich keinen Unterschied, welche... ...dem wir da drin sind? Na komm. Tauche ich das gleich wieder aus. Ich hoffe, ich zünde mir damit jetzt nicht die Bude an. Ich hoffe, das kann man direkt neben Holz platzieren. Da schlafe ich doch mal ganz kurz, weil dann hole ich mir ganz schnell Wasser. Für alle Fälle. Aber ich glaube, im Campfire müsste man neben Holz platzieren können. Schön hier. Die Nachbarn alle brennen da unten. Außer die komischen Reeper. Da ist auch noch einer. Ach ja, ach ja. Ich habe dieses unfassbar chaotische, komische Haus. Und... Ah, da hängt die Spinne rum. Nee, du kannst nicht mal. Ja genau, brenn du ein bisschen. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, die Spinne hängt doch 100 pro unterm Hausdach. So, die Samen schmeiße ich nochmal ganz kurz hier mit rein. Ja, ich probiere das auch direkt hier im Haus anstatt das irgendwo draußen zu testen. Die Funken fliegen natürlich schon aufs Holz. Aber, ich glaube es passiert nichts. Was passiert dann, wenn ich jetzt ein Eimer Wasser daneben auskippe? Oder da drüber. Löschen wir das dann? Brauchen wir es eigentlich irgendwie auch? Brauchen wir es nicht. Wir tun es auf jeden Fall. Ah ja, okay. Das ist, äh... Natürlich. Logisch. Soll ich jetzt so irgendwie einen Stein bauen, damit es irgendwie realistischer wirkt hier. Man könnte auch einen kleinen Pool irgendwie da machen. Und den Wasser kann man ja außenrum bauen. Das haben wir ja gerade festgestellt, dass das kein Problem ist. Wir haben uns halt nur ein bisschen die Bude voll da oben. Aber es kommt da doch ein bisschen sehr viel. Ne, das schaut nicht schön aus. Hier Charcoal daraus, okay. Das Holz ist praktisch direkt verwandelt in, in Kohle. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich zimm jetzt einfach einen ganz normalen Boden hier rein. Und dann... Dann ist das halt so. Oh. Voila. So, dann füllen wir hier drüben auch noch auf. Dann haben wir zumindest schon mal einen großen Teil des Bodens fertig. Wir haben, glaube ich, nicht mehr... Auch vermissten noch Spruce in der Truhe, glaube ich. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte rausgenommen. Sonst reicht es leider ganz knapp hier nicht aus. Aber da haben wir noch. Erstmal nur ein Stack machen. Wir haben immerhin einen Boden. Immerhin. den Ofen und der Kiste hier drüben. Na gut, der tausche ich doch aus. Ich würde sagen, tausche ich noch nicht aus, weil da kommt dann irgendwie, glaube ich, Leiter noch nach unten. Ich würde jetzt praktisch ein bisschen verstecken noch einen Keller nach unten haben. Aber... Was muss ich hier drinnen noch machen? Das schaut dann einfach recht chaotisch aus. Ich würde auch nicht beide Seiten wieder komplett symmetrisch bauen. Dass man auf beiden Seiten wieder so eine Küchenzeile und irgendwas baut, das schaut ja auch kacke aus. Da muss schon irgendwas hin, was ein bisschen... ...nach was ausschaut, finde ich. Was ist eigentlich jetzt hier draußen vor? Da draußen wollte ich mich eigentlich auch noch alles ein bisschen umbauen. Ich will mal kurz das Skelett da vorne weg, weil dann können wir uns auch wieder frei bewegen hier. Ja, ja, du Penner. Komm her. So. Locken wir mal so die Bienen. Lust. Hier wollte ich ja praktisch so eine Art Grundweg ums Haus bauen. Da der auch so ein bisschen so eine Art Befestigung hat, oder zumindest halt einen Zaun außenrum hat. Ob der aus Wiese bleibt, weiß ich nicht. Könnte man auch aus Sand machen eigentlich. Wird auch ganz cool ausschauen. Aber weiß ja nicht, ob das dann passt irgendwie. Ein Sandweg außenrum. Äh... Hier müsste dann eine Art kleine Brücke rüberkommen, zu den Feldern. Aber auch irgendwie natürlich mit einer Art Treppe. Wird von hier oben nach unten die Brücke bauen. Das würde ganz 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 komisch ausschauen. Und dann der Weg, der soll drei breit sein. Das heißt, der Zaun würde auf die Höhe hier kommen. Das heißt aber auch, wir müssen hier noch einmal dicht ziehen. So, bis hier. Dann würde ich tatsächlich auch... Jetzt gibt mal ganz kurz den Track. Und wieder hier die Brücke praktisch schön symmetrisch mit dem Weg hier bauen. Oder so halb asymmetrisch. Hier. Ne, ich mach die hier, weil hier dann schon die Felder auch direkt mit anschließen können. Das heißt, wir würden uns hier praktisch langsam... ...einer... ...äh, einer Breite irgendwie runter. Ah, müsste aber eigentlich aus Holz sein, weil das würde besser ausschauen. Muss ich kurz ein bisschen überlegen, wie ich das am dürfsten baue. Erstens werde ich auch noch ein bisschen angleichen, anpassen, damit es schöner ausschaut. Aber nicht jetzt. Ist mal ein Anlass dran. Dann... ... ... ... ... ... ... ... ...